Wir bringen Ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Das war Ihr letzter Wunsch. Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten! Warum? Woher weißt du das? Kannst du so etwas töten? Nein! Ich weiß, du bist ein Gott.